Euer ganzes, äh, eure ganzen Dinge, die ihr besitzt, die ihr denkt zu besitzen, sie sind eigentlich mein. Mein! Eigentlich ist alles mein. Fragen, ist das live? Na klar. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich nur eine furchtbar gute künstliche Intelligenz. Mal fast zum Gruß. Öfter ein Crash bei dem Spiel? Ach, ganz selten Bronze Bart. Zwölf Sekunden später. Drei Stunden später. Betreibst du Alchemie oder warum sammelst du alle Zutaten auf? Ich verstehe die Frage nicht, wie, warum sammle ich etwas auf? Das ist ja merkwürdig. Dann kam dieser Wanderer. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, er habe beim Bund der Apothekarii studiert. Er hatte zwar nicht die gelben Hoben, aber er schien zu wissen, wovon er sprach. Und er erklärte sich bereit, Bea zu untersuchen. Umsonst. Doktor? Gute Idee. Gute Idee. Ich habe angefangen, Medizin zu studieren. Lass mich dich operieren. Mein Gott. Ein echtes Musterexemplar. Gigi, soll ich bei der Patientin sofort mit der Untersuchung beginnen? So meinen Job habe ich selten gehabt. Legen Sie sich hin. Nein, vielen Dank. Ich gehe später vielleicht. Warte, ich gehe nochmal weg. Ahoi! Ahoi! Fremdländer! Ahoi! Ahoi! Fremdländer! Ins Gesicht! Aber volle Kante gucken, die er an ihr aufgespießt. Er schläft. Er schläft nun. Das nennt sich Akupunktur. Ja, die Nadeln sind vielleicht ein bisschen dick. Aber das ist gut so. Das ist gut so. Das muss... Wir gehen mal gucken, oder? Ahoi! Da sollte man nicht reinfallen. Ich dachte, da geht es vielleicht irgendwie nach unten, oder so. Obwohl, ich sehe da gerade eh nichts. Jetzt mal im Ernst. Ahoi! 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 Also das war so. Ich saß wie immer vor unseren Büchern und hab die Münzen gezählt. Und dann kam da jemand und plötzlich, nachdem ich den ganz lieb angelächelt hab, war es dunkel. Und als es dann nicht mehr dunkel war, dann waren die Münzen weg. Und der, den ich angelächelt hab, der war auch weg. Ja. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Rate, welche schlaue Raupe sich Brückentag freigenommen hat. Wollt ihr mich verführen? Natürlich wollt ihr das. Ich wusste es in dem Moment, in dem ihr reingekommen seid. WOREIN? Hört mal gut zu, Fred. Was? Ich bin ein Mann mit Stil. Und mit eurer plumpen Kneipenschläge anmache, könnt ihr es gleich vergessen. Und jetzt entschuldigt euch, bevor ich wirklich garstig werde. Es, äh... Äh... Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Habt ihr den Shot gesehen? Habt ihr... Kann das bitte jemand klippen? Ihr zählt trotzdem nur als einer. Das war der mega gute Schuss. Mutti? Wieso bin ich hier ständig entdeckt? Sieh mir deine an. Das Gossenkind hält sich wacker. Gibt's noch andere Streamer? Nee, natürlich nicht. Ich bin, äh, die Einzige auf Twitch. Es gibt sonst niemanden. Niemand. Ja, so sieht's nämlich aus. Merkt euch das? Ja. Alle anderen sind nur Bots. Aua. Fuck! Jackass! Fuck! Jackass! Hah! Hah! Statt! Oh,'s dann! Ah... 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 Ostern! Hallo, Manfred. Braves Schwein? Ähm, hallo? Ich arbeite für dein altes Herrchen, Maxus, Tabakos. Er glaubt, du hast sein Diplom vergraben. Leg den Kopf zur Seite und sieht euch fragend an. Schließlich knurrt sein Magen. Ach du Scheiße. Stimmt, der stille an der Wächter ist ja hier. Das habe ich vergessen. Alter, nein. Geh weg, Uf. Okay. Hau ab. Wenn der Hund einfach fällt, Uf. Ihr habt ein freundliches Gesicht und das sieht man diese Tage selten. Hier, das habe ich kürzlich in der Ruine gefunden. Ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht hilft es euch ja weiter. Lehrbuch, ein Handexperte. Ja, oder? Aber mir soll es recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Entschuldigung. Okay, wunderschönen guten Abend, Übrigen. Äh, die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Link, rechts, links, rechts. Entschuldigung. Mä, mä. Tut mir leid. Wolf, danke fürs Zwangsverflauschen von Erik. Ich finde, Erik passt perfekt in eine Gummizelle. Guck mal, wie süß die ist. Ich kann mir ihn richtig gut vorstellen, wie er in so einer Ecke kauert und langsam vor- und zurückwippt. Oh. Keine Sorge, ich li- ich... Watt ist... Rult auf meiner Kacktisch, du scheiß edelhaftes Kackfeech. Am besten noch mit so einem Schildkrötenkopf in der Hand. So einem abgetrennen. Widerlich. So. Oh. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passt also super. Die lebt noch, die sagt grad nie. Wolf, danke schön dafür. Und zeig ihm eventuell irgendwann. Die Gruppendusche. Danke. Äh, über diesen Zyklus. Also der weiß mehr, als wir... Jesper, was? Jesper? Bye, have a great time. Jesper? Äh. Oh. Oh, fuck. Klar, Jesper. Natürlich. Raube bei der Quest wieder ankommt, ist das Inventar voll. Ich hoffe nicht. Ich bin ja inzwischen schon, sagen wir, vorsichtig, was das Luten angeht. Sagte sie und leerte eine komplette Kiste. Ein Kaktus für Eifung. Schön. Uah. Wieso? Wieso? Warum fällt mir der Leichnam des schwarzen Myradens auf den Kopf? Dies ist alles sehr irritierend. Hi, Toxgoni. Er muss selbst aus seinen Fehlern lernen. Es ist einfach faszinierend. Es ist so faszinierend. Oh! Du bist einfach Ninja. Jetzt holen wir uns erstmal die Belohnung ab und dann hoffe ich, dass die Quest funktioniert. Dass es nur daran lag. So, ich darf hier niemanden... Niemand gesehen? Niemand gesehen? Interessante Form der... Also, es ist... Flüstere dem Mammut was auf Sächsisch ins Ohr. Du hast so einen prächtigen Rüssel. Einen wunderschönen guten Abend. Nicht sterben. Wie schwanger. Du bist eine blöde Backe. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wunderschönen guten Tag. Nein, ich schwanger. Alles gut. Ah, Kinder sind ein Segen. Solange es nicht die eigenen sind. So sieht's aus. Ein Mario. Selbst schuld, wer so achtlos ist. Selbst schuld, wer so achtlos ist. Habt das gehört? Das Thema Kinder. Selbst schuld. Oh, egal. Oh, Entschuldigung. Jetzt hast du's geschafft. Ich fühle mich albern, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und so weh es mir tut, ich halte es für keine gute Idee. Uns beide. Warum? Empfindest du nichts für mich? Doch. Natürlich. Mehr als du wahrscheinlich glaubst. Ist denn das nicht offensichtlich? Ein paar Sekunden später. Auf einem Versuch werde ich es alle mal ankommen lassen. Let's do it. Wirklich? Ich... Wie er gleich guckt. Ich habe viel darüber nachgedacht, was du sagen würdest. Aber das... Ach, warum rede ich überhaupt noch? Ui. Wie romantisch. Ja, nun. Läuft. Äh? What the f***? Boah, wie er sich hinter denen gespawnt hat. Weißt du? Bäm. 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 Hu 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 hui. Äh. Wo ist mein Lul hin? Lul? Untertitelung des ZDF, 2020